ja hallo ihr lieben hier ist wieder mal hier mit star wars battlefront wir wollen noch mal eine schlacht spielen und zwar diesmal nehmen wir die schlacht auf endor wir spielen auf normal im solospiel versuchen uns jetzt erstmal halt wieder 100 tokens im letzten versuch hat es ja nicht so gut geklappt da sind wir ja angeschissen worden von den rebellen im letzten moment und es ist ja jetzt nicht weiter tragisch niederlage passiert nun mal doch wir wollen jetzt gewinnen um dann auch mal online loslegen zu können ein paar online runden zu drehen galaktisches imperium natürlich wir nehmen wieder mal ich war mit dem e 11 sehr zufrieden letztes mal muss ich sagen nehmen jetzt aber einmal die scout hände mit sperrfeuer zielschuss und scan impuls finde ich taktisch ein bisschen interessanter vor allem auf so einem unwegsamen gelände besiege so viele rebellen wie möglich da jetzt muss man natürlich erst mal wieder rebellen finden ist immer so ein bisschen das problem ist ich kenne keine von den maps deswegen halt auch noch nicht im vollen online spiel weil wenigstens so ein bisschen mal gucken ist vorher doch saumäßig schick weil dann hast du halt wenigstens auch die möglichkeit immer so vielleicht 1 2 markante punkte zu merken verbessert dann halt die chancen er sieht das doch ganz gut aus diese runde wir liegen 8 zu 0 in führung das können sich aber verdammt schnell drehen haben wir ja vorhin gesehen rabem 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 hat uns die rebellen allianz gezeigt wo der frosch denn seine locken hängen hat ja der frosch rasiert sich nicht ich weiß der nächste erwischt wenn ihr bock habt auch mal mit mir eine runde let's play zu machen so gesehen ein let's play to gather battlefront dann meldet euch einfach bei mir im playstation network mit einer freundesanfrage an den madugier und dem geträgt battlefront lp dann weiß ich bescheid dann werden wir gucken wie wir das unterbringen und auch mit euch dann halt mal eine schöne runde zocken ihr werdet dann aufgenommen und ganz normal mit in die videos integriert warum nicht mit euch spielen können wir schon aufnehmen das ist doch viel lustiger denn wir haben gerade eine annäherungsbombe erhalten die werde ich jetzt auch noch schön legen ich weiß gerade nicht was ich da ach so ich habe auszusehen diese l1 aktiviert diesen ziel schuss oder was das ist wir haben bisher eine sehr gute abschlussquote hingelegt möchte ich mir jetzt und gerne wieder versauen deswegen ein bisschen vorsichtiger hier durch die ganze aktion durchgehen ich habe noch kein einziges bergungsobjekt gesehen die länder sind recht groß angelegt aber auch nicht zu groß finde ich in ordnung grafisch ist es natürlich eine wucht ich habe jetzt nur die aufnahmeleistung ein bisschen verringert von 1080p auf 27p weil bei 1080p die aufnahme doch ein bisschen stockt und dieses problem haben wir nicht für euch aber so wie kein qualitätsverlust weil ich natürlich auch die videos dann noch mal hoch render auf 1080p was zwar ein bisschen aufwand ist aber für euch dieselbe qualität ergibt ich habe das probiert und test gemacht das ist von der qualität her mit dem auge eigentlich nicht sichtbar dass da ein leichter unterschied entsteht das kann man nur messen und das ist vollkommen in ordnung denke ich mal falls sich jemand darüber beschwert dann werde ich natürlich auch wieder auf back to the roots gehen und es so machen wie vorher denn ihr sollt glücklich sein warum sollen wir nicht darüber sprechen wir liegen bisher sehr sehr gut mit 42 zu 4 vorne ich weiß nicht warum wir auf dieser map so geil drauf sind auf der anderen abgeschießen haben 3 getötete mit kopfschuss sogar und 7 9 punkte mit drei gegnern wir haben die hälfte der punkte schon geschafft ich habe hier gerade einen weg gefunden und es war ein bergungsobjekt am jegesrand jawohl so mag ich das ich habe jetzt gerade gedacht so komm wir haben jetzt so einen dicken vorsprung ich kann mal eben hier ein ründchen drehen einfach mal um zu schauen wegen diesen bergungsobjekten aber welche davon füllen können das kann ja ein bisschen schaden und schon sind wir weiter in führung also wir bauen unsere führung recht gut aus das hier scheint unser startbasisgebäude zu sein ich renne hier auch mal durch denn bestimmt finden wir hier auch noch so ein bergungsobjekt zusätzlich und wenn nicht ist es irgendwo anders versteckt ich vermute mal es wird auch schon geiz geben wo die sind das spiel ist ja auch schon ein paar tage draußen ich habe es aber bewusst nicht ganz am anfang gespielt weil ich gemerkt habe auch in der beta dass einige sehr schwerwiegende fehler vorhanden waren und dann lieber halt so ein paar tage warten nicht den hype mitmachen sondern einfach dann ein spiel genießen was auch spielbar ist wir erinnern uns zum beispiel das hat am anfang doch sehr sehr starke probleme und wirklich schwerwiegende bugs hier war es wohl ähnlich hier muss auch am anfang einiges schief gelaufen sein was erst mit der zeit wieder ausgemerzt wurde das ist leider so dass es doch recht schwierig ist vor allem die spiele werden immer umfangreicher immer verwickelter programmiert das ist halt nicht mehr so wie damals wo ein spiel 10 megabyte hatte und du mit zwei programmierern deinen bug finden konntest hier ist es ja wirklich ähm du musst dir überhaupt erstmal rausfinden was löst dieses problem aus durch welches skript entsteht das problem und wie kann man das umskripten um das spiel nicht zu verändern aber das problem zu lösen also die entwickler haben es heutzutage schon nicht leicht das muss man ehrlich und offen zugeben aber die leistung der entwickler ist natürlich auch einiges größer geworden ich habe mir auch schon überlegt was wir mal machen sollten ein let's play classic das heißt für mich wäre interessant final fantasy 8 wenn ihr da auch bock drauf habt weil das ist eigentlich mein lieblings final fantasy teil bisher 9 ist mein zweit liebster sieben mein dritt liebster und dann kommen 10 10 2 13 2 13 13 war so bisher mein abschreckendste teil kann man sagen halt ich hoffe drauf weil 7 ist ja jetzt für die ps4 letztens rausgekommen im store ich hoffe dass 8 auch noch kommt weil dann können wir 8 zusammen aufnehmen ich habe das originale 8 war es auch noch da aber ich denke mal das erzeugt so einen augen krebs das kann ich euch einfach nicht zumuten das sieht doch nach einem sieg für uns aus ja sieg der erste schritt ist gemacht du hast eine trophäe erhalten das ist sehr schön wir können jetzt hier verlassen wir haben was haben wir denn gekriegt 250 credits ja nicht wirklich viel aber ein bisschen wie sagte meine mutter immer so schön auch klein vieh macht misst mein junge hat sie recht gehabt mit ja ladebildschirm was erzähle ich beim ladebildschirm ich mache mal einen blick ins terrarium und sehe gerade da gibt es guten appetit es gab vorhin frische wüstenheuschrecken ja und die kleine winkt mir wieder zu missionen ganz ehrlich ich habe jetzt bock auf eine multiplayer schlacht abwurf zu ohne hellen jagd vorher schafft kampfläufe steht die fracht abwurf zone das ist für mich was tolles helden versus schurken ich habe eigentlich bock diesen kampfläufe angriffe auszuprobieren scheinen aber nicht zu viel zu spielen diesem modus na toll immer das was ich toll finde wollen andere nicht spielen fragt mich nicht warum suche wird auf zu 60 prozent volle spiele ausgeweitet 50 prozent das dauert ja dann jahre bis man so ein spiel startet tritt bei ich will aber jawohl wir sind auch beim imperium zugeteilt worden natürlich genau bei der fraktion die ich liebe wir sind in der jundland wüste die truppen der rebellen müssen alles in ihrer macht stehende tun um sich gegen imperiale kampfläufer zu verteidigen die sie vernichten wollen das imperium muss seine 80 80s bei ihrem vormarsch auf das ziel eskortieren gut das wird dann so ablaufen wie in der einen mission dass wir in 80 80 haben der sein ziel erreichen muss die rebellen werden uns entgegen werfen was sie gerade so finden naja das hilft nun mal nichts wir müssen da durch vorausgesetzt er lädt sich nicht zu tode wir haben freischaltung ausrüsten anpassen ein neues objekt verfügbar optische anpassung genau ich wollte den weiblichen sturmtruppler die gibt es nicht so oft mehr konnten wir uns leider noch nicht leisten blaster ist der e 11 finde ich auch super toll ich liebe diesen blaster gut wir können beitreten halte die ab links offline um die bombenangriffe der rebellen zu stoppen verteidigen 80 80 während der bombenangriffe gegen attacken der rebellen wenn der 80 80 überlebt hast du gewonnen das sollten wir ja hinkriegen wir können starten wir sind jetzt live in einem online spiel bisher sieht es doch sehr imperial aus denn gut es ist immer schwierig wenn du mitten ins spiel geschmissen wirst du bist halt einfach mitten drin du kriegst den start nicht mit du weißt nicht genau wie es bisher läuft aber hier lässt sich erkennen dass das imperium recht gut auf dem vormarsch zu sein scheint hier müssen ab links herunter gefahren werden ziel erfassung sequenz der rebellen unterbrochen operation wie geplant fortsetzen sehr schön ein ab link weniger da drüge ist der nächste ab links aussieht ich versuche jetzt einfach mal dahin zu rennen da war doch ein glatten gegner da kommt noch einer scheiße der hat mich erwischt wir starten wieder der ab link ist aktiv unsere 80 80 laufen ich habe noch keinen gesehen die maps scheinen auch recht groß und verwirrend zu sein aber je weniger ab links oh toll typisch ea sehr schlechte server verbindung wird angezeigt das liegt natürlich an denen ihren servern ich habe hier keine probleme mit der internet leitung boah leute kauft euch mal server ihr seid eine riesen firma und könnt euch keine vernünftigen server leisten ich hasse das da kannst du dir ja besser selber ein dedicated für 9 euro kaufen das war wohl eine thermal imploder granate ich habe jetzt mal eine andere starthand jawohl jetzt haben wir nämlich auch endlich eine granate dabei das finde ich sehr schön oh der ist dark trooper lord vader ist hier das heißt irgendjemand hat sich gerade zu lord vader machen können die Bombe der Rebellen habe unseren AT-AT als Ziel erfassen fuck Rebellenbombe im Angriff oh oh konzentriert euch Rebellen nähern sich ey was ein dreckiger Camper was ein dreckiger Camper ich mag solche Leute ja nicht oh man aber wir sind an dem Uplink dran wenn wir den noch kriegen ja man die Uplinks sind deaktiviert das heißt sie können uns gerade nicht mit ihren Bombenangriffen kommen aber irgendwer schießt verdammt den habe ich nicht gesehen den habe ich echt nicht gesehen ja man merkt ich bin nicht so der Shooter Zocker vor allem nicht online aber naja es ist ja noch kein Meister von Himmel gefallen wir trainieren ein bisschen es kann besser werden oder schlechter wir werden sehen gut die haben jetzt wieder eine Uplinkstation aktiviert mal schauen wie wir da jetzt am besten vorgehen einfach mal den Kollegen hier hinterher mit dem Jetty Päcki oh die hat einen Skywalker und er ist besiegt worden ja wie geil ist das denn verdammt der kam aus der Entfernung mit der Impulskanone da hatte ich jetzt nicht wirklich eine Chance irgendwas gegen zu tun die Bomber der Rebellen haben unseren AT-AT als Ziel erfasst Rebellenbomber auf AT-AT auf welchen denn mein Freund die Rebellen haben die Uplinkstation aktiviert wir müssen sie abschalten oh die kämpfen sich gerade auf ihre Uplinkstation zurück aber wenn sie die nicht richtig aktiviert naja das ist blöd es ist auch ein sehr schwieriger Angriffspunkt hier aber wenigstens habe ich auch mal wieder einen getötet verdammt ich wollte ihm so schön einen überziehen aber habe es leider nicht geschafft deaktiviere den Ablink äh wo ist denn das Ding ich glaube ja da vorne ich hätte beim Partner starten das wäre besser gewesen ja aber die haben ja nur eine Ablinkstation das ist ja schon mal eine ganz tolle Sache wir haben eine Power-Up benutzt jawoll guck mal zwei Rebells von hinten ja ich darf auch oh ich habe fünf Kills erzeugt way ich bin gut es waren jetzt zu viele auf einen Schlag es war unmöglich es zu schaffen diesmal haben wir aber den Partner start gewählt wir sind jetzt bei Kikromas gestartet der scheint auch ein bisschen erfahrener zu sein ich renne ihm jetzt einfach mal kurz hinterher 2,4,80,80 Schwachpunkt das Problem ist ich habe im Moment noch nicht meine Ahnung wer dieses Match gewinnen könnte ich habe aber den Sybdoiden Power-Up bekommen den setzen wir auch sofort ein das kann nie schaden da ist Lord Raider wir kämpfen jetzt mit Lord Raider verdammt 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 wie konnten die so schnell unsere Rebellen zerstören äh unsere 8080s zerstören ah das sind halt diese Sachen bei Online Games das kann sich so schnell wenden Daylight Bobbery Isomake Isomake ja ja wenigstens haben wir es auf Level 2 geschafft und durch die Auszeichnung einige hohen Spielbonus ja knapp Level 3 leider Gottes haben ein paar Punkte gefehlt es sind neue Sternenkarten verfügbar ja das ist meine Thermaldetonator freischalten ja den Kaufholz ja die Sternenkarte in deiner Hand steht jedem Spiel zur Verfügung Karte hinzufügen ja da ist noch nicht viel Blaster Primärwaffe A280C Standard Blaster der Rebellen ne lieber ein bisschen Optik wenn Optik Tuning möglich ist achso das Spiel wurde schon gestartet deswegen sind wir da drin aber ich möchte jetzt mal einen anderen Spielmodus ausprobieren und welcher das sein wird das erfahrt ihr in Folge 4 von Star Wars Battlefront